Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlip und mein heutiger Gast ist Teresa Priauer. Eigentlich müssten wir die Aufnahme bei einem guten Essen machen, euch etwas vorschmatzen, denn in ihrem neuen Buch Kochen im falschen Jahrhundert dreht sich alles ums Essen. Ein Abendessen unter fünf gebildeten, bürgerlich-liberalen Menschen klingt eigentlich ganz harmlos. Doch wenn es Teresa Priauer schreibt, wird es zu einer bitterbösen Gesellschaft, zitiere. Gute Unterhaltung auf höchstem Niveau. Viel Spaß beim Mitessen und Zuhören. Ja, wir beginnen mal wieder mit dem Cover und diesmal hätte ich gern, dass du, liebe Teresa, uns das Cover beschreibst. Es ist ein sehr schönes, gemaltes Bild drauf. Erzählst du uns, was wir da sehen? Ja, bei mir ist es ja so, während des Schreibens an einem Buch habe ich schon immer Cover-Ideen und das macht mir unglaublich Spaß, über den Look eines Buches nachzudenken, so wie könnte es auch als Film ausschauen. Und bei diesem Buch ist es ja so, dass die Gastgeberin so sehr genaue Vorstellungen davon hat, wie ein besonders offenes, liberales Abendessen aussehen wird. Ein bunt gedeckter Tisch und am besten mit Austern und Cremant und nicht Avocados, Auberginen und Granatapfelkernen. Und manches ist, weil es so expressiv gezeichnet ist, gar nicht so genau zu erkennen. Und das entspricht ihrer Vorstellung von dem, wie sie es auch im Internet repräsentieren würde, so ein Abendessen. Also so wie die jungen Malerinnen heutzutage malen, ganz expressiv und farbenfroh, so ist auch dieses Cover. Also kein exakt gedeckter Tisch, sondern eher so ein bisschen chaotisch, aber halt natürlich geordnet chaotisch. Das ist auf dem Cover drauf, mehr oder weniger. Genau, es ist so die geplante Lässigkeit, die man gern auf Fotos auch zeigen möchte. Ja, der Titel des Buches lautet Kochen im falschen Jahrhundert. Möchtest du den Titel erklären oder lassen wir ihn einfach mal so stehen und erklärt sich dann über unser Gespräch? Mir hat vor kurzem ein Freund gesagt, für ihn klingt das so ein bisschen wie nach Hangover aus dem 20. und 19. Jahrhundert. So, man hat noch ein bisschen Kater vom letzten Jahrhundert und ist im jetzigen Jahrhundert konfrontiert mit ganz vielen an Einstellungen und Rollenbildern und so weiter. Wenn man nur den Kochlöffel der Großmutter anfasst, dann kommt all das an Erinnerungen mit und an auch Zuschreibungen und Mustern. Man kann sich dessen gar nicht erwehren, beim Kochen an die Vergangenheit zu denken und mit Erinnerungen konfrontiert zu sein. Ja, das ist ja eigentlich interessant, weil wir kochen natürlich nicht mehr so wie unsere Großmütter. Ich lächze immer noch dem Topfenstrudelrezept meiner Großmutter hinterher. Also es ist trotzdem immer noch ein Sehnsuchtsort, obwohl wir natürlich alle längst ganz anders kochen. Nicht mehr mit Butterschmalz, nicht mehr in der schwimmenden Pfanne, das Fett und so weiter. Also das hat ja sehr viel auch damit zu tun, wie sich Kochen verändert hat. Ja, und schon mit der Sehnsucht und dem, was verloren gegangen ist und gleichzeitig mit einer neuen Freiheit in der Stadt jetzt sein eigenes Leben neu zu beginnen. Und das fängt interessanterweise, ich beobachte das ja auch einfach interessiert, beim Kochen und beim Essen an, sodass im Laufe eines Abends im Grunde mit unterschiedlichen Vorstellungen von Essen und der Essenswahl und wie ich mich definiere als Veganerin oder wie auch immer, damit auch so ganze Weltvorstellungen und Lebensvorstellungen und politische Ideen einhergehen. Das fand ich so interessant daran, dass da im Kleinen das Große auch immer steckt und verhandelt wird. Und kennt vielleicht jeder von so einem Abendessen, dass es da durchaus auch zu Streit kommen kann, wenn jemandem, der vegan lebt, Fleisch serviert wird. Und mir ist das einmal auch passiert, dass ich Freunde zum Essen eingeladen habe und ein Händel gekocht habe. Oder ich muss sagen, mein Freund hat das Händel gekocht. Und dann kommen die an und sagen, naja, sie sind eigentlich vegetarisch und hast du das nicht gewusst? Aber sie haben sich dann irgendwie, weil das Händel so aufwendig war, doch dazu herabgelassen, dieses Händel zu essen. Aber man hat halt das Gefühl, man tut denen nichts Gutes. Mir ist das mal mit Tafelspitz passiert. Das war auch nicht lustig. Also ein riesiges Stück Tafelspitz Vegetariern vorzusetzen, kommt nicht gut an. Ist aber was Herrliches, so ein Tafelspitz, so schade. Ich glaube, wenn man das Buch aufschlägt, es hat einen ganz eigenen Tonfall am Anfang. Da reden wir vielleicht dann nachher noch drüber, weil das ist ja nicht zufällig so gewählt. Alle, die die ersten Seiten lesen, beginnen schon mal nachzudenken, was war denn das erste Gericht, das man in seiner eigenen Wohnung gekocht hat. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, es waren aufgetaute Kramlknödel, die ich im Taperwehr von Oberösterreich zu Hause mitgenommen habe. Also das erste Essen im Erwachsenenleben. Weißt du noch, was es bei dir war und warum ist das so wichtig? Ja, diese Erinnerungspassagen, die das Buch so ein wenig unterteilen. Das Buch besteht ja aus so einem Abendessen, das über das ganze Buch sich zieht. Aber diese Erinnerungspassagen sind so sehr persönlich, würde ich sagen. Und das hat auch viel wirklich mit meinen eigenen Erinnerungen zu tun. Und ich schreibe ja am Anfang schon, erinnerst du dich daran, du standest in deiner ersten Küche, bei mir war das im Studentenheim, und dir fällt eben ein, du besitzt nicht einmal Salz und du hast auch keinen Salzstreuer und du musst zum Supermarkt gehen, das Salz kaufen und einen Salzstreuer kaufen und das einfüllen. Also so die ganz basalen Dinge. Und das ist ja irgendwie kurios. Das heißt, man steht so wirklich ziemlich am Anfang, wenn man auszieht von zu Hause. Und bei mir war das ein Gericht, auf das ich sehr stolz war. Und im Nachhinein muss ich ziemlich lachen drüber. Mein erstes Signature-Tisch war eben gefrorener Polardorsch. Der wurde in eine Terrine gegeben, gebettet auf so Tomatensauce aus der Packung natürlich. Und dann drüber Feta, Käse und getrockneter Oregano und das in den Backofen. Das war nicht schlecht, aber heute ist mir das fast ein bisschen peinlich als Gericht, weil es so wirklich überhaupt nichts an Fertigkeit verlangt von einem. Ich habe auch wirklich ganz am Anfang angefangen. Meine Mutter hat sehr gut gekocht, aber die wollte uns nicht so richtig zum Herd lassen. Und wir waren eher fürs Abwaschen eingeteilt. Ja, das war bei uns auch so. Ich durfte eigentlich nicht in die Küche. Und ich kann mich erinnern, als Studentin, ich habe in einer WG gewohnt und ich habe dann sehr, sehr oft meine Oma, die damals noch gelebt hat, angerufen und habe sie immer nach dem perfekten Knödelrezept oder nach dem perfekten Strudelrezept gefragt. Und sie konnte es mir halt einfach nie sagen, weil sie hat immer gesagt, naja, nimmst du ein bisschen Ei und ein bisschen Butter. Und es gab keine Mengenangaben sozusagen und es hat einfach nie so geschmeckt wie bei der Oma und dem hänge ich immer noch nach. Inzwischen könnte ich selbst Oma sein, aber die Erdöpfelknödel von der Oma, die werde ich einfach nie wieder essen. Die gibt es in keinem Gasthaus. Also es hängt sehr viel dran. Du hast es schon angedeutet, das Buch ist immer wieder unterbrochen in Passagen, wo du den Leser und die Leserin direkt ansprichst. Ich sage jetzt einmal als Leserin, ich bin eigentlich total allergisch auf sowas. Ich mag sowas nicht in der Literatur. In dem Fall hast du mich von der ersten Sekunde gepackt gehabt, weil du einen so ins Buch reinziehst sozusagen. Also es ist fast ein bisschen interaktiv, würde ich sagen, oder? Ich habe mir das wirklich vorgestellt, das könnten Konversationsthemen bei Tische sein. Wir essen und dann, was war denn deine erste Speise, die du gekocht hast? Und auch durchs Essen. Das Essen kommt, glaube ich, nicht von ungefähr, dass das bei Proust so berühmt ist, dieser Moment von der Geruch der Madeleine. Und das triggert dann Erinnerungen, die einsetzt. Und das Sprechen beim Essen ausgelöst wird durch Geschmackseindrücke. Und so sind auch diese Erinnerungen verknüpft mit Geschmackseindrücken, würde ich sagen. Und das sind die Stellen im Buch, die könnten fast auch eine Art von Dialog sein der Gastgeberin, entweder mit Leserinnen und Leser oder mit ihrem Gegenüber, mit der Ehefrau, die im Buch vorkommt. Genau. Also damit beziehst du uns Leserinnen quasi eigentlich sofort ein. Und wir nehmen Platz an diesem Tisch, an diesem Abendessentisch, den du wundervoll beschrieben hast. Wir können uns den alle vorstellen. Vielleicht magst du uns mal ein bisschen was über das Setting erzählen. Wer trifft sich denn da zum Abendessen? Ja, es ist eigentlich eine typische Kammerstückssituation. Begrenzte Personenzahl. Drei, vier, fünf. Am Ende sind es sieben, wenn ich es jetzt recht im Kopf habe. Das ist ja dann auch sehr überraschend. Und es kommt auch einmal die Nachbarin unerwartet und die Katze der Nachbarin. Und dann gibt es auch diverse Menschen, die auch anläuten und anklopfen. Also es ist aber ein sehr überschaubares Figurenpanorama. Die Gastgeberin, ihr Partner, Ehemann und Ehefrau, die zu Besuch kommen, erst kürzlich verheiratet. Und ein Schweizer, dessen Freundin nicht mitkommen konnte. Und im Grunde passiert das Ganze rund um einen dänischen Esstisch. Und es werden Speisen gebracht und vorbereitet. Und einiges misslingt und scheitert. So ein wenig im Kleinen. Es ist kein ganz großes Desaster, aber die ersten Flecken entstehen. Und schon beim Anbehalten der Schuhe oder Ausziehen der Schuhe gibt es so fragende Blicke. Ich würde sagen, es ist auch so getragen von so einer Art unterschwelligen Aggression, die aber nach außen hin dann so durchaus Lässigkeit und Gelassenheit demonstriert von Seiten der Gastgeberin. Und das Setting wird dreimal neu aufgebaut. So wie es einem, ich dachte mir, wenn ich da so selbst in der Küche stehe und Gemüse schneide, geht es mir auch so, dass ich mir denke, was ist, wenn die Gäste zu spät kommen? Was ist, wenn sie sich nicht verstehen untereinander? Was ist, wenn mir das Gemüse anbrennt? Und all das, was passieren könnte, führt zu anderen Ergebnissen. Und deswegen startet dieser Abend auch dreimal neu. In deinem Buch trägt niemand einen Namen. Wenn es jetzt nicht ein Buch von Theresa Preauer wäre, würde ich sagen, die Autorin hatte einfach keine Lust, sich Namen auszudenken. Und deswegen sind sie halt namenlos geblieben. Was macht das denn in der Rezeption eines Textes und auch beim Schreiben, wenn du so nah dran bist an den Figuren? Du sitzt ja quasi mit am Tisch als Erzählerin und die Figuren haben aber trotzdem keinen Namen. Und das ziehst du natürlich beilenhart durch. Ja, ja, das sind Typen. Für mich ist es ein wenig so wie dieser Effekt, den auch ein Märchen auf uns ausübt beim Lesen. Die sind so verallgemeinerbar. Also die Prinzessin, der Drache, wo man vielleicht auch nicht fragt, wie die heißen, sondern es ist ein Stilmittel der Verallgemeinerung. Und im Grunde könnte jeder Ehemann und jede Ehefrau das sein. Und wenn man sich leichter tut beim Lesen, kann man das, glaube ich, ganz gut auch projizieren auf seine Freunde oder Menschen aus der Umgebung. Wem ordne ich diesen jeweiligen Typus zu? Und gleichzeitig hat das auch für mich sowas. Und wir wollten ja auch über den Ton des Buches sprechen. Und das passt vielleicht an dieser Stelle ganz gut. Ich finde, das ist ja so ein wenig ein distingierter Erzählton, auch wenn es schon so Figuren gibt wie Ehemann und Ehefrau. Das baut schon so Bilder, wie diese Menschen leben. Und das hat sowas, was ein bisschen spielt so mit etwas, was vielleicht auch ein wenig aus der Zeit gefallen ist mitunter. Ich habe so ein bisschen an Genazino gedacht. Und es könnte durchaus auch so ein älterer, etwas bräsiger Herr sein, der dieses Buch erzählt, nur wird man dann in seiner eigenen Erwartungshaltung beim Lesen, glaube ich, auch mehrfach erschüttert, weil auch das Instagram einbricht in diese Situation. Das distingierte Abendessen bleibt einfach nicht distingiert und fein. Und dieser gelassene Erzählton, der bemüht sich so sehr um dieses Setting und wird aber von all den Flecken überrascht, die schon am Tischdurch landen. Ja, also die Erzählerin sitzt quasi eh mit am Tisch und versucht sich dem Tonfall des Abendessens mehr oder weniger auch anzupassen. Also das ist quasi eigentlich eine Einheit. Die Sprache, in der das erzählt wird, ist eins zu eins. Na, nicht eins zu eins natürlich, aber so wie die miteinander reden oder die Rollen, die sie da sozusagen spielen als Ehemann und Ehefrau. Sie reden sich ja auch nie selber beim Namen an, was ich auch total interessant finde. Einmal gibt es eine wahnsinnig witzige Stelle, wo dann der Schweizer sagt, er hat sogar den Namen des Säuglings, der zu Hause ist, vergessen. Also wo du das dann noch einmal so ironisch auf die Spitze treibst, er hat sogar das Geschlecht vergessen, aber er hat auch den Namen vergessen. Und es wird auch nicht aufgeklärt. Es wird natürlich nicht aufgeklärt. Du spielst natürlich auch mit dem. Ja, und gleichzeitig baut das so eine ganz komische Distanz ein, was gleichzeitig bei all dieser Übergriffigkeit, die ständig stattfindet, so, glaube ich, einen seltsamen Effekt gibt. So etwas Vibrierendes, weil so zwischen Nähe und Distanz manchmal nicht ganz gut unterschieden werden kann. So eine beobachtende Distanz, die sich aber dann zu sehr einbringt manchmal und auch vieles einordnet und bewertet, psychologisch erklärt. Du hast es schon angesprochen, das Buch ist quasi ein bisschen wie eine Zeitschleife. Also es wird dreimal das gleiche Abendessen erzählt. Für alle, die jetzt panisch davor zurückschrecken und sich denken, das muss ja total langweilig sein, bitte lest dieses Buch. Es ist überhaupt nicht langweilig. Ich habe versucht, so ein bisschen dahinter zu kommen, wie du das gemacht hast. Und ich hatte so ein Bild von so einem Kaleidoskop, wo sich eine winzige Ecke verändert und dann entsteht ein völlig anderes Gesamtbild. Hattest du von Anfang an diese, zugegebenermaßen, geniale Idee, das so zu machen? Also ist es wirklich quasi wie, es ist immer das gleiche Bild und auch eine winzige Kleinigkeit, die du veränderst, verrutscht aber das ganze Bild. Ist das von Anfang an deine Idee gewesen, sowas zu erzählen oder kam dir das beim Setting, wo du denkst, das hätte ja auch ganz anders sein können, jetzt schreibe ich es nochmal anders? Ja, das war von Anfang an da. Eigentlich, weil es meinem Denken und Fantasieren so nahe kommt. Und ich bin eigentlich jemand, ich habe das auch mal, glaube ich, eher auch bei meiner Buchpräsentation und so, ich erwähne es gerade öfter, obwohl das so traurig klingt, dass man als Schriftstellerin ja auch so einen großen Teil an ungelebtem Leben hat. Dass im Grunde die Durchführung und das Treffen mit Menschen, dass das manchmal in den Hintergrund tritt und dass eben vorhin die Planung so groß ist und auch vielleicht die Ängste, was alles schiefgehen könnte, einen als Schriftstellerin dann dazu bewegt, so viele Geschichten zu erfinden und vielleicht auch um diese Gefahr des Scheiterns zu bannen. Und die Geschichten sind dann, bannen nur dann die Gefahr, wenn sich daraus auch der Humor ergibt. Und ich glaube, Humor hat viel damit zu tun, ein Setting minimal zu ändern oder Größenverhältnisse zu verändern oder eine Person wegzulassen. Und so ist es ja auch wirklich, wenn man Freunde zum Abendessen einlädt. Wenn einer nicht kommt oder jemand wen mitbringt, der irgendwie nicht passt, nicht dazu passt, ändert sich der ganze Abend. Und das finde ich faszinierend, muss ich sagen, ja. Du hast schon angesprochen, du hast dein Buch selber so ein bisschen wie ein Kammerspiel genannt. Das ist eine Wohnung, eine Wohnung, in der sich fünf Menschen zum Essen treffen. That's it, ein Kammerspiel. Ein Kammerspiel im Designer-Schick, sage ich jetzt einmal. Was ist denn das Reizvolle beim Schreiben an so wenig Handlung? Also keine große Plot-Geschichte, sondern fünf Menschen an einem Tisch. Ja, ich glaube, kann man sich stärker auf die Psychologie fokussieren. Und mich interessiert schon, was zwischen den Menschen stattfindet, aber sehr stark auch, wie jeder sich selbst entwirft und was auch jeder, wie jeder den anderen beobachtet und was jeder vom anderen denkt. Und das ist so wie ein, ja, hinzoomen. Und im Detail stecken dann wieder ganz viele Geschichten. Oder wie schon vorher gesagt, im Kleinen wird das Große erzählt. Du lässt ja quasi durch die Gespräche der fünf Personen die große Welt rein. Von der Politik bis zu der Geschlechterfrage, bis zu Reisen, Umwelt. Es ist ja quasi, es wird alles an diesem Tisch verhandelt, aber halt die große Welt kommt an diesen Esstisch. Ja, genau. Was ganz wichtig ist, ist das Setting. Also in deinem, wenn das ein Theaterstück wäre, dann hätten, glaube ich, die Ausstatterinnen einen großen Spaß, diese Sachen auszusuchen, mit denen sich das Gastgeberpaar umgibt. Es sind ganz genau platzierte Gegenstände. Es ist der Cremant, es ist natürlich kein Prosecco, es ist der Cremant. Es ist ein dänischer Holztisch, eine grün-blau-gestreifte Schürze über einem schwarzen Jamsuit, finnische Designer-Gläser Italer, Kerzenständer vom Flohmarkt. Der Typ, der auf Besuch kommt, hat Mokasins an. War es schwierig für dich, diese Attribute zusammenzusuchen oder waren die völlig selbstverständlich für dich? Ich glaube, das was eine, wenn wir es Parodie nennen wollen, ich würde aber sagen, es ist eine sehr diskrete Parodie. Also es ist nicht, der vermeintliche Spießer ist nicht der Liberale in diesem Buch, sondern das ist gar nicht so entschieden. Die sind nicht wie Karikaturen ihrer selbst, aber es hat eben so ein parodistisches Element. Und ich glaube, eine Parodie ist dann auch liebevoll und, wie soll ich sagen, vielleicht hat auch etwas Gerechteres, wenn man sich selbst dabei nicht ausspart. Insofern fiel mir das ganz leicht, weil ich interessiere mich unglaublich für Möbel und Ausstattung, komme aber auch aus einem Haushalt, wo der Vater Produktdesigner war und gleichzeitig im Wohnwagen gelebt hat. Also ich bin mit sehr vielen heterogenen Einflüssen aufgewachsen und ich arbeite das noch immer auf und das wird noch einiges an Material hergeben. Aber dadurch interessiert mich eben so die, durch Objekte eigentlich so etwas wie die Gesellschaft ablesen zu können und Herkunft oder das Ablehnen von Herkunft. Und da kommt der Bourdieu hinein, der ja versucht hat, in so einer Art Raster das aufzuschlüsseln. Der Herr Professor, der geht in die Oper und er kauft sich diese und jene Platten und trägt dieses und jenes Sakko. Und das hat ja so eine irrsinnige Komik, das dann auch so musterartig abzuhandeln. Das ist ein super Stichwort, weil mir ist nämlich eine Frage, nein, es ist eigentlich keine Frage, sondern eine Beobachtung eingefallen und wollte dich fragen, ob ich da richtig liege. Das Setting ist besonders wichtig für die Gastgeberin und zwar, weil sie nicht so aufgewachsen ist. Also, die ist nicht mit Tischtuch aufgewachsen, nicht mit vollen Bücherregalen und nicht mit dem kleinen Salzfässchen aus Büffelhorn, sondern die ist anders aufgewachsen. Ich glaube, so ein bisschen wie ich. Glaubst du, sie wäre als Gastgeberin anders, wenn ihr das Salzfässchen und das Leinentischtuch in die Wiege gelegt worden wäre? Ich glaube schon, dass das mit sozialem Aufstieg zu tun hat, sich da diese Gelassenheit erlauben zu können. Und im Buch geht es ja auch ganz stark darum, dass die Figuren über ihr äußeres Erscheinungsbild die Kontrolle behalten wollen. Und auch bei der Ehefrau ist das der Fall, dass sie zum Beispiel sehr leicht zu erschrecken ist, wenn ihr jemand vorwirft, dass sie unpünktlich war. Sie war natürlich unpünktlich, aber sie geht nicht gelassen damit um. Und so eine bürgerliche Herkunft würde einen darüber erhaben sein lassen, wie das ja beim Partner der Gastgeberin der Fall ist und das auch beschrieben wird. Es ist lustig, weil ich jetzt, also ich glaube, dein Buch muss man eigentlich fünfmal lesen, um jedes Detail zu entdecken. Bei einem Abend, also bei einem Essen, das du schreibst, hat die Ehefrau eine Flatterhose an und beim nächsten hat sie ein ganz kurzes Kleid an. Und das macht natürlich eine total andere Frau im Bild. Das fällt mir aber jetzt erst auf, wenn ich drüber nachdenke. Und das ist lustig, ja. Es geht einfach auch viel um dieses Herzeigen, was man ist und was man kann und was man hat. Es gibt aber trotzdem so einen kleinen Bruch bei der Gastgeberin. Sie überlegt zum Beispiel mal kurz, wie legt man das Besteck eigentlich hin? Und sie hat nicht alle Kisten ausgepackt. Also die Wohnung ist nicht makellos. Hat dir das Spaß gemacht, also einen kleinen Bruch reinzuschreiben, dass du sie nicht so perfekt machst? Also das hat ja einen Grund, warum sind die Kisten nicht ausgepackt. Du lädst Gäste an und es schaut eigentlich nicht so ordentlich aus. Das ist ja eigentlich eine Katastrophe. Ja, es hat, glaube ich, viel mit so einer Zwischensituation zu tun. Also die sind schon lang nicht mehr in der Pubertät, aber trotzdem, es sind so, ja, 40, mit 40er vielleicht, so in diese neue Lebensphase zu kommen, in der man dann eben so besonders gut eingerichtet ist und diese Otto-Lenghi-Abendessen geben kann. Auch dafür braucht es dann wieder so etwas wie eine Adaption des eigenen Verhaltens und des eigenen Körpers und auch mit den neuen Gegenständen, die man besitzt, hantieren zu können und die auch benutzen zu können und sie nicht als Museumsstücke in der Ecke liegen zu lassen. Es kommt einmal vor, ich habe ja auch versucht, in diesen Erinnerungsstücken so etwas wie eine Geschichte oder eine Warenkunde zu schreiben oder eine Geschichte der Veränderung der Küchenutensilien beispielsweise. Das Buch ist eine böse, ironische, lustige, aber doch auch böse Abwandlung von einem Schöner-Leben-Magazin und einem Otto-Lenghi-Kochbuch und du zeigst auf, dass beides im echten Leben ja nicht wirklich funktioniert. Es ist schon auch ein bisschen gemein, oder? Ja, ich würde sagen, ein bisschen böse, ein bisschen heiter, so eine gute Mischung, mit der ich es schaffe, die Welt zu ertragen. Was vielleicht auch dazu kommt, sind diese Manufaktum-Produkte, das wäre so das dritte Standbein und mich interessiert das einfach sehr. Also nicht es abzukanzeln und nur blöd zu finden, sondern mich auch selbst zu fragen, welche Art von Sehnsucht steckt denn da dahinter und bei diesen Produkten ist es ja ganz stark wieder so, diese Sehnsucht nach Handarbeit und nach natürlichen Materialien, was auch gleichzeitig eine Notwendigkeit ist, wenn man sich mit dem Klima und dem Klimawandel beschäftigt. Aber es steckt ja auch so eine Vorstellung von Leben dahinter, die im einfachen Leben ja wieder so die große Erlösung sieht. Und darüber muss man sich auch unbedingt lustig machen. Ich habe dein Buch ja mehrmals gelesen, das zweite Mal im Schnelldurchgang, um mich aufs Interview vorzubereiten und am Abend danach haben mein Mann und ich Gäste eingeladen. Und zwar jetzt nicht die besten Freunde, wo es wurscht ist, wie die Wohnung ausschaut, sondern Gäste mit Aufräumen, guten Wein aufmachen, zu überlegen, was man denn am besten wie schnell zum Essen zubereiten kann, wenn man den ganzen Tag in der Buchhandlung gestanden ist. Und den ganzen Abend, während wir da zu viert um unseren nicht dänischen, aber trotzdem holzestisch gesessen sind und kultivierte Gespräche über Politik geführt haben, habe ich an dein Buch gedacht. Vielen Dank dafür. Das wird dann schwer, ja. Das wird dann schwer. Und ich habe mir dann so gedacht, glaubst du, du wirst nach diesem Buch noch von irgendjemandem zum Essen eingeladen? Ich überlege es mir. Ich habe mir auch überlegt, die Therese Breor könnte man eigentlich auch mal zum Essen einladen, aber ich weiß nicht, ob ich mich das jetzt traue. Ich kann das vielleicht so halb privat beantworten, indem ich sage, ich bin jedenfalls jemand, ich esse wahnsinnig gern und ich esse alles und bin da nicht besonders pingelig und habe fast keine Allergien und bin sehr feierfreudig. Insofern in dieser Hinsicht ein klares Ja. Bitte ladet mich ein. Okay, wir machen einen Termin. Es ist ja natürlich auch so, dass dieses Buch oder deine Bücher eine gewisse Sorte von Menschen lesen, die ja auch alle irgendwie in diesem Stück mitspielen können. Also du sprichst ja auch mit deiner Art zu schreiben eine bestimmte Zielgruppe an, die quasi auch da drinnen vorkommen. Also genau diese gebildeten, reflektierten, liberalen Menschen, die sich gegenseitig sehr kultiviert zum Essen einladen. Du gehörst dazu, ich gehöre dazu, viele Falterleserinnen gehören dazu. Wolltest du uns einen Spiegel vorhalten? Ja, uns, mir selbst und vor allem beobachte ich sehr, sehr viel und habe große Lust, die Welt zu beschreiben, um sie dadurch für mich zu ordnen und besser zu verstehen. Und das war so das Hauptanliegen und vielleicht ein Motor, dieses Buch zu schreiben. Das war begünstigt dadurch, dass in den letzten Jahren ja viel stärker diese privaten Einladungen stattgefunden haben und man weniger in die Restaurants gegangen ist zum Essen und dass es auch seinen Kochbücher-Boom gegeben hat. Und ich mich auch manchmal gefragt habe, wieso in den Buchhandlungen werden die Romane von den Kochbüchern abgelöst oder in den Feuilletons. Die Köche sind ja schon so zu richtigen geisteswissenschaftlichen Stars geworden, die auch Lebenstipps geben können. Und statt das zu verunglimpfen und zu verulken, interessiert es mich eben, das zu beschreiben, zu verstehen und vielleicht auch zu sammeln, was ich sehe und was stattfindet. Ich muss da jetzt schon auch noch kritisch anmerken, dass natürlich ich als Buchhändlerin diesen Blick auf die Kochbücher, diesen Deinen Blick auf die Kochbücher nicht gutheißen kann. Also wir leben sehr gut mit diesem Kochbuchumsatz. Der Kauf eines Kochbuchs vermittelt ein gewisses Lebensgefühl. Ja, genau. Deswegen kauft man ein Kochbuch, weil jedes Rezept kann man inzwischen im Internet nachschauen. Man braucht dieses Kochbuch, um dieses Lebensgefühl vermittelt zu bekommen. Und mit besagten Herrn Otto Länge haben wir in den letzten Jahren sehr gut Geld verdient und wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Ich habe ihn natürlich auch zu Hause. Natürlich hast du ihn auch zu Hause. Und du hast Gott sei Dank in deiner Buchhandlung oder dir sei Dank so viele Romane und so viel an zeitgenössischer Literatur, dass dir aus den Kochbüchern kein Vorwurf gemacht werden kann. Im Gegenteil, ich kaufe auch eins. Ja, genau. Und das wäre die Frage, fällst du auch rein auf diese Art von Kochbüchern? Wenn du auch Otto Länge zu Hause hast, fällst du natürlich auch drauf ein. Du kaufst ja nicht das Kochbuch um das Rezeptwillen, sondern weil da ein cooler Typ über den Markt geht und büschelweise Petersilie in der Hand hat und auch noch irgendwie sexy ausschaut, oder? Ja, es sind eigentlich, glaube ich, die Bilder, die ich kaufe. Und ich bin ja sehr bildernarisch, würde ich fast sagen. Ich bin dann mit einem Kochbuch auch ganz gut zufriedenzustellen oder mit zwei oder drei. und dann legt sich bei mir der Schalter um und ich muss irgendwie anfangen, darüber abzuätzen. Und das erheitert mich dann sehr. Lass uns noch ein bisschen über die Sprache sprechen. Dein Buch hat einen sehr starken Rhythmus. Also es ist nicht nur, dass es sozusagen dreimal das gleiche Thema ist, was immer wieder variiert wird. Man hat wirklich das Gefühl, es ist perfekt komponiert. Manchmal habe ich das Gefühl, es sind manche Sätze um des Klangwillens drinnen und nicht um der Handlung willen. Und ich meine das jetzt nicht negativ. Also das heißt jetzt nicht, dass man das nicht lesen kann. Es sind einfach manche Wortsatzenden, wo ich mir denke, genau das muss jetzt hier stehen, aber das treibt die Handlung jetzt irgendwie nicht voran. Ich weiß, es ist eine blöde Frage. Man fragt Autorinnen nicht, wie machst du das? Ich versuche es trotzdem. Wie machst du das? Ich glaube schon, dass Musikalität bei mir eine Rolle spielt, Rhythmus, Reim und dass sich der Witz auch manchmal aus einem Wort ergibt. Einer der banalsten Witze im Buch ist die Ähnlichkeit des Wortes E-Mail und E-Mail. Aber gleichzeitig kommt einem das ja auch so oft unter, als wenn man durch Wien läuft und noch so eine alte Manufaktur sieht, E-Mail-Schilder und wir selbst aber das Wort E-Mail viel besser kennen und öfter benutzen und dadurch drängen sich dann so Karlauer auch in meinen Kopf. Das hat viel auch mit Beobachtung zu tun und mit dem, was in meinem Kopf als Sprache stattfindet und mich beschäftigt. Ja, viel ist da, glaube ich, Rhythmus und Reim und gleichzeitig war es für mich oder ist es für mich das Buch, das am stärksten plotlastig ist und handlungsgetrieben, auch mit diesen unterschiedlichen Ansätzen und auch wirklich der Anspruch und das ist aber etwas, was mich in jedem Buch beschäftigt, das ich selbst geschrieben habe, nicht das ich lese, ist so etwas wie einen Anfang zu bauen und auch zu einem Ende zu finden, also schon einen Spannungsbogen und so ein offenes Ende würde mich sehr unbefriedigt lassen, also dass es da Steigerungen gibt und dass etwas auch fast barock zu einem Ende findet, barock meine ich, so eine Geometrie. Geometrie in Schönbrunn gibt es das große Schloss und dann die Gloriette als kleine Wiederholung und so Phänomene interessieren mich auch im Text. Ich habe viel an Kunst und Fuge gedacht, also diese unendlichen Variationen deines, also des Plots sozusagen, es gibt immer dieses Hauptthema und dann gibt es verschiedenste Variationen, die um dieses Hauptthema spielen. Du bist ein sehr musikalischer Mensch, nehme ich an. Hörst du deinen Text, wenn du den schreibst? Hörst du da gewisserweise Musik? Ja, schon. Ich habe auch die Musik gehört, die im Buch vorkommt. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Oh mein Gott. Diese Jazz-Playlist und ich höre sehr viel Jazz und klassische Musik, aber auch Pop. Ja, ich bin irgendwie musiksüchtig und Ö1-süchtig und podcast-süchtig und höre sehr viel, auch beim Schreiben. Genau, das wäre meine Frage gewesen. Hörst du beim Schreiben Musik und hörst du beim Kochen Musik? Ja, und ich höre auch beim Kochen viele Podcasts oder beim Aufräumen. Du als Schriftstellerin hast natürlich in deinem Buch die Musik ausgesucht. Es gibt eine richtige Playlist da drinnen. Im Roman an sich wurde die Musik aber von einem Algorithmus ausgesucht, was ich eine sehr pikante Doppelung finde. Ja, vielleicht magst du da noch kurz was sagen dazu, zur jeweilig passenden Musik in der jeweiligen Phase des Lebens. Ja, im Buch ist es so, dass die Songs oder die Titel der Songs ja fast die Szenen kommentieren oder oft eine Antwort auf eine umgestellte Frage bilden. Und so etwas wie Playlists beschäftigt mich schon, weil sie einerseits so wirklich gut bauen können, was der jeweiligen Hörerin gefallen könnte. Also die sind schon gut, sodass man manchmal den Eindruck hat, die sind ja schlauer als wir selbst. Und ich entdecke auch über automatisierte Playlists ganz viel. Und gleichzeitig stehen die ja auch sehr für unsere Zeit. Also es hat dann trotzdem was unglaublich Uniformiertes und jeder in seiner Individualität oder erwünschten und herbeigesehnten Individualität ist dann doch sehr stark Produkt der Umgebung und der Moden und dessen, was der Computer mithört und dann wieder rausspuckt. Ja, ich finde es ja lustig, wenn ich dann einmal im Monat von Spotify einen Hinweis bekomme, dass mein neuer Lieblingsmusiker endlich ein neues Album hat und es ist dann Bach. Da muss ich immer sehr lachen. Ja, ich glaube, wir sind eigentlich am Ende des Gesprächs. Wir könnten da noch stundenlang über das Essen und Kochen reden, weil wir haben leider nichts mit zu essen. Also eigentlich müssten wir jetzt mit vollem Mund hier schmatzen. Sie hören selbst, man kann dieses Buch drei, vier, fünf Mal lesen. Man kann es lange lesen, indem man sich jedes Lied, das in dem Buch zitiert wird, anhört. Da habe ich auch mal ein Zettel begonnen, aber da hätte ich zwei Wochen gebraucht dafür. Ich danke sehr für das Gespräch und jetzt freue ich mich auf ein Essen. Ja, wollte ich auch sagen, dass wir das nochmal fixieren. Danke für die Fragen und ich freue mich aufs Essen und bin ganz sicher nicht kompliziert als Gast. Bevor uns Teresa Preau eine kurze Stelle aus ihrem neuen Buch Kochen im falschen Jahrhundert vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion. Schönen guten Tag, mein Name ist Klaus Nüchtern und ich bin der Literaturkritiker des Falters und habe Ihnen wie immer zwei Bücher als Lesetipp gebracht. Die beiden, die ich heute vorstellen, haben eines gemeinsam. Es geht darin um Rassismus beziehungsweise das, was man wohl rassifizierte Wahrnehmung nennt. Beginnen wir mit dem Älteren. Eine Rezitativ erschienen im Robult-Verlag der Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Toni Morrison. Der Text ist, was ungewöhnlich ist, erstens die wirklich einzige Erzählung, die Toni Morrison je geschrieben hat. Er ist 1983, also genau zehn Jahre, bevor sie mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, in einer Anthologie mit Literatur von afroamerikanischen Frauen erschienen. Es geht darin um zwei Frauen, eine Ich-Erzählerin namens Twyla und eine gewisse Roberta. Die beiden lernen sich als achtjährige Mädchen kennen, als sie von ihren Schülern zur Schule gebracht werden. und der Trick an der Sache oder der Witz der Erzählung besteht darin, dass man zwar weiß, dass sie unterschiedliche Hautfarbe haben, es aber nie ausgesprochen wird, wer jetzt von beiden die Afroamerikanerin ist, Twyla oder Roberta. Und es gibt dann noch zwei Wiederbegegnungen der beiden als junge erwachsene Frauen und das Spiel, das die Autorin mit den Leserinnen und Lesern spielt, das sehr Trickreiche und Subtile, besteht eben darin, dass man ständig irgendwelche Signale bekommt, seien es die Namen, seien es die Mütter, die eine, von der einen heißt es, dass sie die ganze Zeit tanzt und nicht zu Hause ist, die andere ist krank, wie sie sich ernähren, bei der ersten Wiederbegegnung ist Roberta auf dem Weg zu einem Jimi Hendrix-Konzert, Twyla weiß nicht einmal, wer Jimi Hendrix ist, Twyla arbeitet in einem Hotel, also kein besonders glamouröser Job und der Leser und die Leserin sind also die ganze Zeit sozusagen zu einem Art Racial Profiling gezwungen, es endet dann auch mit einem mit einer Episode, wo es offensichtlich um Segregation in Schulen geht, dass die Schüler und Schülerinnen, die Kinder der beiden dann verbracht werden und nicht mehr in ihrer angestammten Gegend mehr in die Schule gehen können und es wird aber nicht wirklich aufgelöst. Es gibt dazu auch ein sehr kompetentes und kluges Nachwort von Sadie Smith, die das dann in allen ihren Facetten auch betreffend die Örtlichkeit, in der das spielt und die Zeit erklärt, aber natürlich auch zu keinem endgültigen Schluss kommt. Das zweite Buch ist jüngeren Datums und stammt vom afroamerikanischen Autor Percival Everett, der Jahrgang 1956 schon über 30 Bücher geschrieben hat, aber bei uns erst gerade entdeckt wurde. Im letzten Jahr ist erschienen Erschütterung aus dem Jahr Jahr 2020 das Original, Titel ist Telephone und nun ist ein relativ junges Buch, The Trees 2021 im Original erschienen, aufs Deutsche wortwörtlich mit Die Bäume übersetzt, erschienen im Hansa Verlag. Die ganze Geschichte ist ein Kriminalfall, die in Money Mississippi spielt, wo zwei gleich zu Beginn des Romans zwei weiße Männer umgebracht werden, verstümmelte Leichen und das bizarre ist, dass sich daneben eine Leiche eines schwarzen Mannes befindet, die dann aber auf mysteriöse Art und Weise verschwindet und dieser Vorgang nämlich, dass man einen toten Weißen mit einer schwarzen Leiche findet, wobei der afroamerikanische Tote zunächst nicht identifiziert werden kann und offensichtlich kein wirklich frischer Tote ist, sondern eine konservierte Leiche, das wiederholt sich und steigert sich dann bis zu dem nachgerade apokalyptischen Finale. Es stellt sich schnell heraus, dass dieser Fall mit einem historischen Fall von rassistischer Lünch-Justiz zusammenhängt, nämlich mit dem Tod von Emmett Till. Emmett Till, man kennt diesen Fall vielleicht auch aus dem Bob-Dillen-Song The Death of Emmett Till, wurde im August 1955 von zwei weißen Rassisten grausam zu Tode gebracht, ein 14-jähriger Bub, der angeblich sich gegenüber einer weißen respektlos verhalten hat, also ob der ihr nachgepfiffen oder sie angesprochen hat, das Ganze hat sich dann ohne dies als falsch herausgestellt und die Toten haben eine Verwandtschaftsbeziehung mit den Mördern von Emmett Till und schnell werden zwei schwarze Polizisten in den Süden geschickt, Ed Morgan und Jim Davis, um vor Ort zu recherchieren, es werden dann auch noch FBI-Beamte hinzugezogen und die sich dort mit dem nach wie vor präsenten Rassismus herumschlagen müssen, mit den Rednecks, die von Percival Everett aber auf wirklich sehr witzige, polemische Art und Weise als vollkommene Idioten entlarvt und dargestellt werden. Das Reizvolle an diesem Roman sind vor allem die Dialoge. Es hat einen sehr ernsten Hintergrund, es geht eben um die Kontinuität des Rassismus. Leute, die das sogenannte N-Wort nicht lesen können oder wollen, sollen sich bitte fernhalten von dem Roman, denn das wird dort ganz exzessiv eingesetzt, weil es eben die Sprache von Rassisten ist. Aber gleichzeitig ist es ein unglaublich witziger Roman und wie gesagt, die Stärke sind die Dialoge, die auf wie das eben nur US- oder hauptsächlich US-amerikanische Kriminalschriftsteller beherrschen, man denke etwa an Raymond Chandler, das sind wirklich knochentrockene, lakonische und unglaublich witzige Dialoge, sodass man sich bei allem Ernst des Hintergrunds da bei der Lektüre auch prächtig amüsieren kann. Vielen Dank für die Tipps und nun liest uns Theresa Breauer eine kurze Stelle aus Kochen im falschen Jahrhundert vor, erschienen im Wallstein Verlag. Woher die erlesenen Zutaten nehmen für den Abend, den die Gastgeberin sich nach dem Studium der internationalen Kochbücher ausgemalt hatte? Woher um alles in der Welt und das Wort Welt war an dieser Stelle wirklich angebracht? Der Partner der Gastgeberin hatte die Namen der Gewürze ins Smartphone getippt. Er hatte Sumach, Harissa und Zahatar gegoogelt, danach auf das Stichwort Maghreb geklickt und war so bei der politischen Situation der Zehnerjahre gelandet. Er hatte plötzlich laut von Urlaub zu sprechen begonnen und im nächsten Gedankengang Deviseneinnahmen durch Tourismus abgewogen mit der politischen Instabilität eines Landes und der Möglichkeit von sozialen Unruhen. Dann hatte er auf seinem Smartphone nach Symptomen für Unruhe gesucht und war auf Angespanntheit, Gereiztheit und Nervosität gestoßen. Keine Spur von Kubibem Pfeffer und Damascener Rosen. Das ist eine Großstadt, hatte er ausgerufen. Die Gewürze der Welt würden hier doch zu bekommen sein. Er suchte lange im Internet und vergaß darüber das Problem. Yusuf Latif spielte The Plum Blossom. Am Ende hatte man sich als Paar und in Übereinstimmung. Dann doch für das einfache französische Rezept einer Quiche entschieden. Dafür benötige man nicht einmal Rosmarin, hatte der Partner erleichtert ausgerufen, obwohl doch ausgerechnet Rosmarin büschelweise in seinem Garten wuchs. Eine Quiche könne man vorbereiten. Es wäre eine Übung für zahlreiche Einladungen, die später folgen könnten. Für andere Rezepte hatte die Gastgeberin erwidert. Sie hatte unter dem Stichwort Lothringen Lorraine im Internet recherchiert, welche Art von Kriegen es in dieser Region über die Jahrhunderte hinweg gegeben hatte und welche Art von Frieden eine Quiche symbolisieren könnte. Es war alles derart kompliziert, dass sie das Smartphone bald hatte beiseite legen und die Recherche abbrechen müssen. Allein das Salzgefäß aus Büffelhorn mitsamt dem kleinen Löffelchen würde an diesem Abend für die Welt stehen müssen. Die Gastgeberin hatte es in Nairobi, Kenia gekauft. Sollte diesbezüglich eine kritische Frage von Seiten der Gäste kommen, würde sie alles beantworten können. Das Salzgefäß war in einem Laden angeboten worden, der lokale Produzenten unterstützte. Nach Nairobi sei sie gefahren, weil sie dort auf Einladung der Universität einen Workshop für die Studierenden abgehalten habe. Sie habe von den jungen Menschen ebenso viel gelernt wie die jungen Menschen von ihr. Es sei, so habe sie es wahrgenommen, eine Begegnung auf Augenhöhe gewesen, deren Erinnerung sie noch in ihrem Herzen trage. Mit der Pünktlichkeit haben diese es nicht so genau genommen, das müsse sie allerdings, auch wenn es das Klischee bestätige, einräumen. Dennoch habe es am Ende des Tages nicht immer und überall das Ziel sei, Ergebnisse zu zeitigen. Das Horn des Büffels sei ein Werkstoff, der ein Leben lang halte und nicht als Müll der Wegwerfgesellschaft in den Weltmeeren lande, wo er zu Mikroplastik verrieben würde, das wiederum die Fische fressen würden, die daran sterben oder vom Menschen als Nahrung verzehrt würden. Horn sei geschmacksneutral und empfehle sich daher zur Verwendung bei der Zubereitung von Speisen. Das war der Podcast Besser lesen mit dem Falter heute mit Teresa Prijauer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash Buch Podcast oder in den Shownotes zu jeder Episode und bitte kaufen Sie das Buch in der Buchhandlung Ihres Vertrauens. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.